Saubere Solarenergie bietet neben ihrem erheblichen Potenzial einen Nachteil. Wenn es dunkel ist, wird keine Energie erzeugt. Sich aus Solarenergie ganzjährig und CO2-frei zu versorgen, haben wir uns bei HPS Homepower Solutions aus Berlin zur Aufgabe gemacht. Wikea ist der erste Energiespeicher weltweit, der auch große Energiemengen über lange Zeiträume speichern kann und durch diesen saisonalen Speicher erstmalig ermöglicht, sich nur mit Solarenergie ganzjährig zu versorgen. 365 Tage im Jahr, auch im Winter. Einen Durchbruch hin zu einer CO2-freien Energieversorgung für Gebäude. Wir haben unser Produkt Wikea speziell für ein und zwei Familienhäuser entwickelt, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen persönlichen Beitrag zu leisten, die Energiewende zu schaffen und unser Klima zu schützen und damit unseren Planeten für die nächsten Generationen zu erhalten. Mit Pikea speichern wir Energie mit Hilfe von Batterien kurzfristig, zum Beispiel für den Tag-Nacht-Zyklus im Gebäude und darüber hinaus nutzen wir die solaren Überschüsse im Sommer, um mit dem integrierten Elektrolyseur grünen Wasserstoff zu erzeugen, den wir am Gebäude speichern. Im Winter, wenn nicht genug Solartrag anliegt, nutzen wir diesen grünen Wasserstoff, in anderen Worten die Sommersonne, um mit der integrierten Brennstoffzelle wieder Strom und Wärme zu erzeugen, um damit das Gebäude ganzjährig CO2-frei zu versorgen. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Minute an, um das bestmögliche Energiekonzept für ihr Zuhause möglich zu machen. Der heutige Wunsch nach CO2-freier unabhängiger Energie führt oft zu sehr komplexen Lösungen. Wir haben mit Pikea die gesamte Komplexität aufgelöst in ein integriertes System gemacht und damit die Entscheidung für eine CO2-freie Energieversorgung einfach gemacht für unsere Kunden. Wir bei HPS freuen uns sehr über die Nominierung und nun auch über den Finaleinzug bei der Sustainability Challenge des DGNB. All unsere Mitarbeiter ziehen daraus eine hohe Motivation und ich möchte mich jetzt schon für all die Unterstützung bedanken, die uns auf diesem Weg entgegengebracht worden ist.